Ich schlafe auf der Couch. Du schläfst auf dem Dach. In Casablanca machen das die Ehemänner so. Sie beobachten uns. Jetzt küss mich. Man sagte, du wärst schön und gut. Gut bei dieser Art von Arbeit zu sein, ist nicht sehr schön. Weißt du, wo du nach dem Krieg hingehst? Nach dem Krieg spielt es keine Rolle, wo ich bin. Wir haben einander gefunden. Komm mit mir nach London. Komm mit mir und werde meine Frau. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Was wir Ihnen jetzt sagen werden, fällt uns nicht leicht. Wir haben den Verdacht, dass Ihre Frau eine deutsche Spionin ist. Das ist doch Irrsinn. Wenn Sie recht haben, vergessen wir das alles. Aber wenn Sie eine ist... ...werden Sie persönlich sie exekutieren. Und wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie gehängt. In 72 Stunden werden wir Gewissheit haben. Ist das ein Spiel? Ein Test? Alles ist ein Test. Du warst anders zu mir letzte Nacht. Anders? Als wärst du wütend. Sie ist die Mutter meines Kindes. Es ist nicht wahr und ich beweise es. Sehen Sie her! Ist sie es? Sie haben sich offenkundig den Befehlen widersetzt. Du machst mir Angst. Nach dem Krieg spielt es keine Rolle, wo ich bin. Hey! Was ist mit meinem Kuss? 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 Untertitelung des ZDF, 2020